Dirk! Dirk! Ich bin hier draußen! Was machst du auf der Veranda? Ich genieße den schönen Abend. Wirst du auf einmal spießig? Komm raus, setz dich zu mir. Es ist wundervoll hier. Sieh mal, der große Whopper. Das ist echt schön. Ja, nicht? Oh, da. Mrs. Chang lässt die Katze rein. Ja, sie liebt den kleinen Zeckenspender. Hey, die Garrisons haben neue Mülltonnen gekriegt. Ah ja. Mit Rädern dran. Hey, da drüben treffen sich einige Jungs. Quatschen ein bisschen. Ja. Oh, der eine packt ein Bündel Geldscheine aus. Und der andere steckt's ein und gibt ihm ein kleines Päckchen. Oh mein Gott, die kommen rüber zu uns. Machen.